ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute schauen wir uns mal im test von dem pure magic verbund aus dem lidl discounter an den gibt es dort für 59 99 mit 135 schuss und 1618 gramm nemm ist man dabei und ja das ist ein verbund der aus vier batterien wieder besteht dieser verbund ist er oder kommt er einem finalen verbund also wenn ihr ein geplantes feuerwerk für silvester vorhaben seid ihr mit dem teil echt geil dran und wenn ihr den zweifach schießt erst recht also ihr habt hier vier batterien drauf die in der mitte sind halt normale batterien also gradlinige abschüsse ja mit ein paar bouquets ist jetzt nicht so ja die ultra batterie die hier drauf zweifach verbaut ist aber dennoch halt für zwischendurch um ein paar zerlegereffekte trotzdem am himmel zu haben neben den beiden fächerbatterien ist das doch schon ganz 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 cool ja aber der fokus bei dem verbund nicht ganz klar auf den beiden fächerbatterien hier wobei die eine halt eine schlagzündung ist da habt ihr dann gold finale wobei dann alle schüsse der einzelnen fächerbatterie auf schlag ausgestoßen werden und dann habt ihr halt vorne an dann nochmal ja so art scheibenwischer effekt wohl dann so eine schönen salven rausgeschossen bekommt also sieht echt schön aus und ist auch wirkt auch wirklich gewaltig aber schaut euch selber mal ich zeige euch mal direkt den test vom pure magic verbund so 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 Das war's. Was? 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 Was?